Ich bin der Nusser, der Nusser und der Nusser und der Nusser. Ich glaube, dass unsere Spieler natürlich mit dem Rhythmus umgehen können. Es ist auch nichts Neues. Wir sind ja vom letzten Jahr darauf gewöhnt. Es ist so, dass wir ein rückenloses Kader haben. Dementsprechend wird es morgen sicher auch die ein oder andere Änderung geben. Aber das ist noch nicht für heute schon vorgesehen, dass sie das schon kommunizieren. Wir werden das dann kurz vor dem Spiel mitteilen. Dementsprechend wissen wir unsere Spieler, was zu tun ist. Wir kennen diesen Rhythmus, weil wir schon seit Wochen in diesem Rhythmus stehen. Dementsprechend gilt es sich zu konzentrieren und das abzurufen, was wir müssen. Damit wir schlussendlich dann den Sieg vom Platz kriegen. Entschuldigung, dass wir das Spiel im Rhythmus haben. Aber wir haben diese Spiel-Rhythmus sehr vieles, dass wir diese Spiel-Rhythmus haben. Wir haben diese Spiel-Rhythmus nicht mit dem Rhythmus nicht mehr gehalten. Wir haben die Jahre aus dem Rhythmus einen Rhythmus gesehen. Wir haben diesen Rhythmus am Rhythmus mit dem Rhythmus gesehen, Aber wir versuchen es zu sehen, wie wir heute haben. Wir haben heute eine große Bedeutung von den Spielern. Die Spielern sind sehr großartig. Es ist sicherlich, dass es heute gibt. Es gibt irgendwelche Lösungen oder Lösungen. Aber es ist kein Zeitpunkt. Es ist ein Zeitpunkt. Es ist ein Zeitpunkt. Es ist ein Zeitpunkt. Es ist ein Zeitpunkt. Aber in der nächsten Zeit, irgendwelche Menschen, Wir wollen zuerst öffnen, damit den Sie auf das Netzwerk arbeiten können und wir können es mit dem Zusammenfassenden kommunizieren. Es ist ein wichtiges Problem. Das Ernein vom ersten Teil 건 der Erfolgsfamilik. Die Erfolgsfamilik ist eine Sachvermeidung. Das will es jetzt alle, dass wir alles mit dem anderen Teil hatten. Joyeben machte es ein ganzes Anfassungszentrum. Die Erfolgsfamilien haben einige Kuhri disse. Sie machte diese Kompromis zur Forschung. Bei euch ist es ganz anders. Heißt das dann, dass ihr kaum Schätzen habt für diesen Titel, der Gegensatz zu bewegen, obwohl ihr dann vor Gericht seid? Nein, natürlich nicht. Unsere Spieler kennen solche Spiele. Es ist ein Halbfinale. Wir können ins Finale kommen, wir können Titel holen. Wir haben in diesem Jahr noch keinen Titel gewollt. Wir haben drei Wettbewerbe gespielt und keinen Titel gewollt. Jeder Spieler muss so heiß sein, um endlich in dem Jahr einen Titel zu holen, dass wir das dementsprechend dann auch so umsetzen, wie wir uns das vornehmen. Wir müssen alles dafür tun und nicht jammern. Okay, zu viel, die haben eine Woche Pause. Es ist vielleicht auch gut, wenn man regelmäßig spielt, weil dann ist man im Rhythmus. Wenn man natürlich auch wieder längere Zeit nicht spielt, dann braucht man wieder gewisse Zeit, damit man ins Spiel reinkommt. Das haben wir nicht. Wir laufen auf Hochtouren und dementsprechend bin ich überzeugt, dass das genau klappt. Das ist nicht. Ich bin sicher. Ich will mich auf die Güte nicht richtig anstreben. Auch ich will wissen, dass sie sehr hohe Fragen zu machen. Wir haben immer alle Möglichkeiten im Rhythmus zu tun, denn wir haben die Güte nicht mehr, wir haben drei Rhythmus gehört. Wir haben die ich einschränkt. Wir unterstützen drei Rhythmus zu verничteln. Wir haben die Rhym von der Rhythmus gut gemacht. Das Thema Rhythmus ist sehr gut, dass die Vergang mit uns um irgendwelchen Anteherum dürfen mit dem Rhythmus einen Rhythmus, Wir haben eine 3-Batwahl nicht mehr gefehlte. Wir haben diese Masur-Einheit gefehlte. Wir wissen, was wir vor ihnen brauchen. Wir wollen sie auf Nahrungs-Nahein und nach Nahrungs-Nahein. Und nach Nahrungs-Nahein wird die Masur-Nahein. Das ist alles. Wir haben die Masur-Einheit gefehlte. Wir sind auf unsere Masur-Einheit gefehlte. Wir haben keine Masur-Einheit gefehlte. Wir haben einen Schraub- und wir sind kreis. Wir werden den anderen nicht auf keinen Zoll. Wir können auch einen überprüfen, Ich glaube, das war die Firma hier im letzten Jahr. Wir haben abläufig die Chancen gehabt. Wir haben in diesem Jahr noch mehr Chancen herausgearbeitet. Wir haben im letzten Jahr sehr viele Titel gemacht. Es ist natürlich so, dass man es nicht einfach so schnippen kann und dann ist die Situation geändert. Gut ist, dass wir uns viele Möglichkeiten heranspielen. Nicht so gut ist, dass wir zu wenig Tore erzielen. Da müssen wir noch konzentriert sein, noch mehr dabei sein, noch mehr einander unterstützen. Es ist natürlich so, dass Toni am Anfang den Rhythmus nicht hatte, dann war er verletzt. Bei dieser Gruppe hat er eine rote Karte bekommen, zwei Spielsperrungen und konnte sich auch nicht zeigen. Er war natürlich auch sehr unglücklich über die Situation, die passiert ist, die er sicher nicht mit Absicht verursacht hat. Dementsprechend müssen wir suchen, wie wir dieses Problem lösen können, dass wir Tore erzielen können. Wir haben im letzten Spiel gegen die Uroa Reds vier Tore erzielt. Das hat sicher auch mit Selbstvertrauen zu tun, das hat mit Ruhe zu tun, das hat natürlich auch mit dem Teamgeist zu tun, wie man das gemeinsam löst. Ich bin froh, dass wir uns viele Möglichkeiten heranspielen. Das heisst, wir spielen nach vorne, wir erarbeiten uns diese Torschassen. Jetzt gibt es auch diese Aggressivität, die notwendig ist, um Tore zu zielen, in sich abzurufen. Und da ist jeder Einzelne gefragt, nicht nur um die Stürmer. Und an dem müssen wir uns halten und müssen versuchen, natürlich auch morgen das umzusetzen. Das ist das Gleiche gilt. Das war die Auszubilden, die Auszubilden sind anders. Die Auszubilden wurden starken, viel aufes, das wir wurden aussteck und viel aufstechen. Das war die Auszubilden, dass wir uns bei Anbieter zuvenden im Jahrzehnten sehr oft nehmen. Wir haben das geflügge dieses Jahrzehnt, und zwar auch mehr, wir kommen zu einem Barsch. Aufzuh devenern noch wieder eine Bayezer. Wir haben hier eine Auffassung. Aber die Auszubilden haben os Druck erhöht, war die Auszubilden, die Auszubilden werden. Und wir haben Signale gehört, dass wir das mit enormen Verlust für die Auszubilden sind. Das ist das das, was wir wachsen lassen kann, und es gibt die Ausbilden. Aber denmensten Problemen braucht es ein Teil vom Trenkis und ein Teil vom Trenkis. Wir haben sehr viel mit dem Trenkis und wir haben mehr mit dem Trenkis. Wir haben noch mehr von Trenkis, sondern wir gehen in den Trenkis und gehen mit der Trenkis. Wir gehen mit den Trenkis und gehen mit der Trenkis. Das ist ein Teil der Trenkis und die Trenkis. Bei Tuny, er hat ihn sehr viel mit uns gehalten. Er war in der ersten Zeit und er hat ihn nicht einen Fertigen. er hat sich in den Rettung und er hat sich in den Rettung gebracht. Er hat sich in den Welt geöffnet. Nach dem Rettung er wird er wieder zurückgezwungen, und er wird es unterbrechen. Er wird es unterbrechen, der wird es unterbrechen, und er hat sich sehr gut auf die Rettung gemacht. Er will, aber er bleibt, er will er sich selbst auf sein, er will er sich selbst zu zeigen. Er will er mit uns, wenn er nicht gut geht. Ich wünsche, dass er das in die Zeit noch nicht gut geht. Was ist die Frage? Was ist die Frage? Natürlich ist die Frage. Es ist wichtig, dass sich die Gleichung des Laufs zu verletzen. Also ist die Frage. Das sind die Fähigkeiten, die sich die Werteilung der Fähigkeiten macht. Die Werteilung, die die Werteilung der Werteilung voran sind. Das Werteilung, die die Werteilung voran. Wir haben alle die Probleme und die Probleme können. Wir haben die Werteilung mit den Werteilung von 4 und 4,5. Das bedeutet, dass wir das können. Doch die Frage wird in dieser Frage, wie ich gesagt, der Fähigkeiten, die ein paar Werteilung an. Wir wünschen, die Werteilung. Die Bewerbungen sind nicht nur die Bewerbungen mit uns, sondern die Bewerbungen sind nicht nur die Bewerbungen, sondern wir haben viel vieles. Wir haben eine gute Bewerbungen, die wir wiederholfen haben. Es gibt vieles von uns, wie gesagt. Ich hoffe, dass wir uns auf die Bewerbungen haben. Wir haben auch die Bewerbungen für Bewerbungen. Aber wir werden die Bewerbungen machen. Ich hoffe, dass wir die Bewerbungen haben. Bis zum nächsten Mal.